So, und da sind wir wieder. Okay, ich würde mal sagen, wir fangen mal an, zu viel zu befreien. Ich weiß noch nicht wie. Ich speichere einfach mal. Ist doch nicht verkehrt. Das ist nicht furchtbar spannend zu sehen, wie ich speichere, aber hoho. Da bist du durch. Und ab, nun da. Kann ich meine Peitsch benutzen? Oho? Oho. Eeeh. Oho. Was mache ich denn jetzt? Äh, 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 ich bin Indiana Jones, wer sind Sie? Eimer Kopf. Ich bin Indiana Jones, wer bist du, Buckethead? Buckethead? Was für ein Kindeswirt ist das? Ich lasse Sophia es Ihnen zu erklären. Yeah! Indy! Gute Arbeit. Ach, sehr gut. Und jetzt steuere das Boot, Sophia. Wissen Sie, wie das Boot zu fahren? Sind Sie schuldig, Jones? Ich bin ein Spiritualist, nicht ein Navigator. Ist das auch das Elbe, oder? Aber was tun wir jetzt? Kernir klaims, dass hier eine Unterwärterentranz zu Atlantis nahe ist. Lass uns ihn finden! Okay. Einfach gesagt, alles ist getan, würde ich mal sagen. Ja, hier ist ein Schloss dran. Notfallruderkontrolle. Also, Ach, komm mal hin jetzt. Also, äh, würde ich mal sagen, nehmen wir den kleinen Schlüssel hier. Oh, steck ihn da rein. Okay. Jetzt ist es unklappt. Das funktioniert nicht. Ah, drücke von mir aus. Mann, 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 Mann. Jetzt müssen wir diesen Eingang suchen. Oh, wo ist der denn? Oh, das wird jetzt nicht so spannend. Hm, 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 hm. Wo könnte denn ein Glasenloch? Und hier, hier, oh, Luftschleuse. Ich sehe es doch. Äh, 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 äh. Mach mal das jetzt? Ah, halt. Wir müssen auf jeden Fall sehr weit nach vorne kriegen. So, so. Äh, was? Oh, Gott. Nein. Nicht nach hinten. Das wüssten du. So, nach hier. Oh, das muss ich mal abwechselnd sein, oder was? So, dann hier nochmal. Dann hier nochmal. Na. Machst du mal jetzt. Okay, hier geht's wahrscheinlich runter. Ja. Ja. Dann hier nochmal. Reicht das schon? Nein, das reicht noch nicht. Äh. So, da ein bisschen hoch. Und. So. 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 Oh, was machst du denn? Oh. Jetzt dreh das verdammte U-Boot. So. Nein. Was ich jetzt so mache? Och, komm. Geh mir doch nicht auf den Sack. Oh, ich bin so weit. Oh. Das gibt's doch nicht, oder? Dreh dich. Ja. Jetzt. Jetzt. Komm. Fahr rein. Bitte, 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 bitte. Fahr rein. Ja, oh, yeah. Sehr gut. Amazing. We're hundreds of feet below sea level, yet there's enough air pressure to keep the water out. How's it possible? Gute Frage, ich weiß es nicht. Nächste Frage. Welcome to Atlanta, Cindy. Da ist aber kein Net Empfang hier. Alles dunkel. So. Gehen wir mal weiter. Steine sind hier. Get your hands off me, Jones. Jones? Hey, you're not Jones. Help, Indy! Indy! Wipp dich mit? Sophia? Sophia? It feels like a steep, rocky incline. Noch. Ach Gott, ich seh nix. Steiler Anstieg. Noch steiler Anstieg. Wow, ich seh gar nix. Da, Holzding. Wat bist du? Sag's mir. It feels like a ladder. Nimm die Leiter mit. Und damit können wir wahrscheinlich den steilen Anstieg überwinden. Wird mal sagen. Äh, äh, äh. Stalleanstieg, ja. The ladder is in place. Sehr gut. Und jetzt? Bin ich jetzt oben oder nicht? Ah. Steining. It feels like a stone box. Schachtel aus Steinen. Das heißt, man kann die öffnen. It's open. Yay, okay. Was haben wir da? It's a metal rod with an opening on one end. Da kann man doch was reintun bestimmt in der Öffnung. Äh, Tal, Stab. Stab, Tal, Stab. Tada! Herzlich willkommen. Sophia, where are you? Kerner must have grabbed her somehow. Sowas blödes aber auch. Mal wieder. So, und ich hatte ja, äh, gesagt, wir spielen alle Wege durch. Ab hier unterscheiden sich die drei Wege nämlich nicht mehr. Aus diesem Grunde würde ich sagen, back to the roots, wie man so schön sagt, ne? Back to the roots. Aber erstmal speichere ich. Ach, und das war's. Ach, hier. Vorbei. Zack, speichern. Und jetzt laden wir die Auswahl. Och, verdammt. Wieder ist von vorne. Nein. Also, ich würd sagen, Action machen wir zum Schluss, weil, erst das Langweilige und dann die Action. Macht nur so. Du hast recht, ich werde mich alleine durchräteln. Du hast recht, ich hätte das besser überprüfen können, dass ich das alleine durchführe. Ich verstehe. Bleib in Kontakt. Ich werde dir eine Postkarte senden. So lange, Indy. Endlich sind wir sie los. Dumme Schnäpfe, ey. Ah, warte. Ich hab keine Ahnung, ich muss. Ich glaub, Algie. Oder mit dem Knoll? Algie? Mit dem Knoll? Algie. 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 Keine Ahnung. Irgendwas. Oh, wo ist die Party hier? Oh, ist ja auch vorbei. Mann, Mann, Mann. Was hast du zu sagen? Hallo da. Ah, ein prospereller Amerikaner. Äh, okay. Ah, entschuldigen Sie die Störung. Sorry, ich bedenke mich. Keine Ahnung, Effendi. Jetzt, lass mich zurück nach Arbeit, bitte. Ach, das ist seine Arbeit. Hinterhof. Auf zum... Wie hieß er nochmal? Al-Jabber. Jabber. Jabber der hat? Keine Ahnung. Huch, wer bist du denn? Ein Ladenhüter. Jo. Entschuldigen Sie mich. Wie kann ich dir helfen, Effendi? Ja, jetzt ist natürlich die Sache, äh... Jetzt wissen wir jetzt viel, viel Rätseln. Weil wir den Rätselweg genommen haben, natürlich. Und... Das ist nicht mehr so einfach wie mit Sophia. Sie sind Omar, Fragezeichen. Ich suche Atlantis, oder wie viel kosten diese Pötte da? Ich muss mal nämlich dringend aufs Klo. Wenn du... Ist das Omar? Du meinst Mr. Al-Jabbar? Nein, Omar. Das ist auch ein guter, Effendi. Ich bin sein vertrittliches Servant, Paul. Paul Abdul. Paul. Paul Abdul. Toller Name. Hm. Ich will immer noch aufs Klo. Können Sie ein Treffen mit Mr. Al-Jabbar arrangieren? Können Sie ein Gespräch mit Mr. Al-Jabbar arrangieren? Ich glaube, ich könnte, Effendi. Aber mein Master rarely deals mit Klienten und Personen. Warum sollte ich ihn bedrohen? Gute Frage. Oh. Es ist eine Sache auf Leben und Tod. Es ist eine Sache auf Leben und Tod. Das ist was sie alle sagen. Du musst mir einen besseren Grund geben, als das. Und alle sind tot. Tja. Was jetzt? Hm. Ich glaube, wir müssen noch nach Monte Carlo. Hargisches Gefühl. Straßen der Großstadt. Balabababam. Balababam. Musik ist super hier im Spiel. Oh. Klasse einfach. Zunge auf die Zunge zergehen. Monte Carlo. Da, 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 da. Oh, die Musik hier ist auch super. Ach, jetzt sind wir auf den Typen warten. Auf den Trottier. Da, da ist er schon. Hey, da. Sind Sie Alain Trottier? Are you Alain Trottier? Oh, perhaps Usasking. Usasking. Äh, ich bin Dr. Indiana Jones vom Barnett College. Sie kennen mich aus Filmen wie Indiana Jones und der Letzte Kreuzzug. Ich bin Dr. Indiana Jones vom Barnett College. Jones, Jones, Jones. Ich glaube, ich habe dich gehört. Ja, natürlich, der berühmte Archeologer. Natürlich. Äh, seien bescheiden. Ich bin nur ein einfacher Professor. Eigentlich bin ich nur ein einfacher Professor. Oh, lass die Modestheit mir an, Sir. Alain Trottier. Amateur Scholeur, Parten-Poet, Professionale Dreamer. Herzlichen Glückwunsch. Hast du es weit gebracht, Junge. Äh, was können Sie mir über Atlantis erzählen? Was können Sie mir über Atlantis erzählen? Oh, das depends. Um zu prüfen, Sie sind wertvoll, zu tun, ist es. Warte mir das. Ja. Warum haben die Atlantien ihre große Kolosser gebaut? Keine Ahnung. Weil sie zu viel Geld hatten. Um sich selbst zu Göttern zu machen. Um ihre Städte auf eine Lümbung zu setzen. Um sich selbst zu Göttern zu machen. Fragen Sie mich. Um sich selbst zu Göttern zu machen. Ja, excellent. Obviamente, du kennst, Platos lost Dealer. Ja, total. Persönlich, ich glaube, ich kann dir helfen. Aber mein Name ist in der Antikkatze von Dealer in Antiquität. Okay. Maybe my business card will be of some use to you. Feel free to look me up whenever you're in town. And now, au revoir. Tschüss. Mach dich vom Acker. Trottel, ey. Trottier. Okay. Äh, weiter geht's im nächsten Part. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.